Schon klar, dass der Sensenmann Höcke auch nicht bei sich haben will, aber wie werden wir ihn los? Heribert Prantl hat in der Süddeutschen einen guten Vorschlag gemacht, wie wir einen ausgewiesenen Faschisten wie Höcke wenigstens politisch unschädlich machen können. Statt einem unsicheren AfD-Verbot könnte man ihm gemäß Artikel 18 Grundgesetz seine Bürgerrechte entziehen. Wer sich gegen die demokratische Grundordnung stellt, dem kann das Recht entzogen werden, zu wählen oder gewählt zu werden. Also schenken Sie sich zum Fest selbst mal was Vernünftiges und unterzeichnen Sie die dazugehörige Petition von Kampakt.